Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein gekattetes Video. Heute ist ein ankündigendes Video, weil ihr wollt jetzt informieren, was jetzt auf Twitch und was jetzt bei mir auf YouTube kommt. Also bei mir auf YouTube kommt jetzt nur noch Games. Twitch jetzt hier verlinkt, unten und einmal hier eingefügt. Und es wird jetzt hier nur noch auf diesem YouTube-Kanal Gaming geben. Und auch bei Twitch gibt es nur noch Reaction-Streams und vielleicht mal Gaming-Streams. Das war es aber mit diesem neuen Video, weil es jetzt nur eine Minute, nur eine Minute. Aber dieses Video ist jetzt schon hier, leider ist es zu Ende. Morgen geht es weiter mit einer Folge LS19 auf der Lügen, ich glaube, Felsbrunn oder Ellerbach. Ellerbach, wer weiß, wie man es tut, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, ciao!